Verdammt, Herbert! Komm jetzt her! Du machst mir ständig Stress. Was ist jetzt los mit dir? Du bist mein Stress und dieser Affe hier, der mir ins Gesicht geschlagen hat. Bring es aus zurück, denn es ist dein Trainingspartner. Ich gebe zurück, aber dieser Clown steht nicht mehr auf. Nimm es nicht so erst. Was ist nicht erst? Wann werde ich vor allen Leuten boxen? Es muss zu 100% erst genommen werden. Ich wollte sagen, sei nicht so hart. Was für ein loser Trainer du bist. Bisher hast du hart gesagt und jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meinte den Boxsack und muss nicht den armen Kerl sofort ins Krankenhaus schicken. Aber du weißt ganz genau, wenn ich erst einmal drin bin, kann ich nicht mehr aufhören. Ich weiß, ich weiß, dass du hart bist, aber Boxen ist auch ein Spiel des Geistes. Wenn ich ein kluges Spiel wollte, würde ich Schach spielen. Du bist ein seltenes Wildtier. Wusstest du das? Und du bist der schlechteste Trainer. Jetzt bitte ruhen wir uns aus und wir werden an der Verteidigung arbeiten. Dann schütze es du dich jetzt, denn ich gebe dir den Schlafpuls. 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 Vielen Dank.